Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Programme. Wir springen hier gleich rein, denn ich habe mir drei Verträge angelacht und manchmal versucht man zu viele Dinge auf einmal zu machen. Das Wichtigste ist, das hier ist mein erster Tourist, den ich ins All fliegen will. Und deswegen konnte ich keinen Piloten reinsetzen, weil ich in die Kapsel nur eine Person passe. Deswegen seht ihr diese Kugel oben auf der Raumkapsel, das ist der State Putnik Mark I. Und damit kann man seine Rakete fernsteuern, aber ohne jede Stabilisierungshilfen. Das ist das eine Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Dann generell habe ich mich entschlossen, Touristen ins All zu fliegen, was ja nicht so schwer sein kann, weil doch das Geld etwas knapp ist und ich müsste meine Halle zum Raumschiff zusammenbauen mal aufrichten, um mehr als 30 Teile verwenden zu können. Das Limit von 30 Teilen ist hier gerade sehr schmerzhaft spürbar. Und das ist der erste Versuch. Und dann muss ich auch noch ein bisschen Forschung im Weltall mal senden. Für einen Vertrag, gut, das wäre ja kein Problem, wenn wir das all erreichen. Aber womit ich mir doch ein bisschen ein Eigentor geschossen habe, ich habe auch noch einen Vertrag radial in der Kuppler zu testen, und zwar in einer Höhe von 19.000 bis 29.000 Metern. Bei einer Geschwindigkeit von 100 Metern pro Sekunde bis 900 Meter pro Sekunde. Ihr seht das gerade oben rechts. Und ja, deswegen gucke ich da gerade gespannt und schmeiße ihn noch nicht ab, weil würde ich 19.000 Meter erreichen, könnte ich den Vertrag erfüllen. Naja, längst vorbei, die Geschwindigkeit ist schon zu stark gefallen. Das ist auch bei näherem Durchdenken nicht sehr geschickt gewesen, diesen Vertrag anzunehmen. Diese radialen Dekuppler will man ja gern für Booster benutzen. Booster benutzt man am Anfang, am Start. Und eigentlich so bei 10.000 Metern spätestens schmeißt man die ja ab. Deswegen 19.000 Meter, schon eine recht stolze Höhe. Ja, aber das sind also die Randbedingungen. 30 Teile Limit und momentan gucke ich in erster Linie, gucke ich halt zuerst drauf, ob ich das schaffe, da mit den ersten Boostern 19.000 Metern Höhe zu erreichen, um 19 Kilometer Höhe zu erreichen, um sie erst da abzuwerfen. Und dann hoffen, dass ich mit dem Rest der Rakete halt noch das All erreiche, wenn auch nur kurz. Der Herr will nur einen suborbitalen Flug reichnehmen, der muss also nur die 70 Kilometer mal erlebt haben. Sieht auch immer so unglücklich aus jetzt. Ja, und diese fehlenden Stabilitätshilfen, weil kein Pilot da ist und da halt nur die Funkkontrolle drauf ist, die tut mir auch ziemlich weh. Ja, aber wie löst man seine Probleme im Curbys Base Program fast immer mehr Booster? Statt vier Booster baue ich jetzt sechs dran. Und siehe da, ein Teil zu viel ist da. Das 30 Teile Limit schlägt wieder zu. Und das wird uns überraschen. Mir selbst ist gerade entfallen, was ich dafür geopfert habe. Irgendein Teil muss runter. Ich glaube, meine erste Überlegung war, diese Kappen, um die Booster aerodynamische zu gestalten, da so. Vielleicht zwei wegzunehmen, halt ein bisschen mehr Luftwiderstand in Kauf nehmen. Na, was würdet ihr abbauen? Also ich habe auch eine Batterie dran, weil dieser Stay Putnik hat nur für zehn Minuten eigene Stromversorgung. Es hätte wahrscheinlich sogar gereicht für so einen Schuss, einmal kurz ins All und wieder runterfällen. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Zwei Fallschirme sind dran, naja, und Science Junior habe ich auch noch dran. Ich wollte ja vorher schon mal machen, und der Science Junior, dem hatte ich noch nichts außerhalb der Atmosphäre von Körben gemacht. Aber dann mein Hauptproblem, das ist es überhaupt erstmal hinzukriegen. Kommt jetzt die gewählte Lösung. Ich opfere einen der drei Treibstofftanks für die Flüssigrakete, die ich dann als anschließende Stufe habe. spart ja auch Masse für die erste Phase. Und keine Sorge, ich habe ich habe das Video schon geschnitten, dass nicht all meine Basteleinlagen dazwischen in voller Länge zu sehen sind, aber ich dachte mir beim ersten Mal muss ich noch erklären, was ich eigentlich gerade da tue und vorhabe. Ja, jetzt hat der Tourist auch keine gute Aussicht mehr. Ist gut versteckt zwischen seinen Boostern, aber vielleicht ist die Sache auch inzwischen zu peinlich. Die sehen wir schon als Schwäche des Editors und diesen radialen Radial Decouplers, radialen Entkoppler. Es ist gar nicht so leicht, so eine Booster richtig anzubringen, dass sie wirklich an den Entkopplern hängen, anstatt direkt an der Hülle. Das werde ich bei den späteren Versuchen in diesem Video auch noch demonstrieren, wie das aussieht, wenn man sich da vertan hat. Aber wenn man so eine leichte Lücke zwischen den Boostern sieht, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und da sieht man ja genau, der Tourist sitzt immer noch in der Kapsel. Tja, was kann da noch schief gehen? Tja, in dieser Klumpatsch an Raketenteilen müsst ihr jetzt halt noch die 19.000 Meter wieder erreichen. Und es sieht schlecht aus. Und die 100 Meter pro Sekunde sind auch schon überschritten. Jetzt fehle euch etwas die Geduld beim nächsten Versuch und gab es auf, alle drei Verträge mit einem Flug erreichen zu wollen. Ja, hier war ein kleiner Schnitt drin. Ich habe jetzt, wenn man unten links aber genau hinguckt, ich habe das Zeichen geändert, dass die Flüssigrakete im Inneren die erste Flugphase mit unterstützt. Das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders oder der Idee, warum man überhaupt mehrstufig fliegt. Aber, wie gesagt, an dieser Stelle wollte ich die Sache mit den radialen Kopplern hinkriegen. Jetzt geht hier Vollschub und wir verlieren Stabilität. Da musste ich sie doch abstellen. Aber ihr seht schon auf der Höhe 17.000 Meter, noch über 300 Meter pro Sekunde, 18.500 und 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 Vertrag erfüllt abwerfen. Und ich habe sogar noch Glück, dass die Booster nichts beschädigen. Jetzt wäre die Hoffnung, mit dem Resttreibstoff noch 70 Kilometer Höhe zu erreichen. Jetzt müsste man es den Haufen aber erstmal stabil kriegen. Ja, wenn man erstmal das freie All erreicht hat, ist ja die Logik auch anders da. Dann geht ja keine kinetische Energie mehr verloren. Aber wenn beschleunigt, natürlich muss man schon eine Flugrichtung machen, um weitere hinzuzukriegen. Ja, und jetzt merke ich schon, das wird wahrscheinlich nichts mehr macht den Science Junior auf, in der oberen Atmosphäre Science zu sammeln und es gibt ganz schön viele Punkte auch. Ja, der Treibstoff ist auch alle. Und jetzt fällt direkt das Raumschiff schon wieder runter. Ich glaube, das war das Modell Titanic II. Ich habe die Dinger für Passagierflüge halt Titanic genannt. Damit die Passagiere auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie einsteigen. Jetzt versuchen wir noch vom Thermometer abzulesen. Und ihr seht das nächste Problem. Das ist gar nicht so leicht anzuklicken, wenn das Raumschiff so torkelt. Ich glaube, da hat es eben so. Jetzt stabilisiert es sich schon durch den Sturz. Ja, das ist aber schon nur noch über Körbins Grasland und nicht mehr in der Umwandatmosphäre. Da habe ich ein paar Pünktchen verpasst. Da unten schlagen gerade die ersten Teile auf. Ja, ich hatte das Triebwerk relativ spät abgesprengt. Das ist dann wohl gerade angekommen. Jo, der Fallschirm geht rechtzeitig auf. 300 Meter und ich nehme es vorweg, er kommt so bei 150 Meter und ist schon der Boden erreicht. Damit war dann das Thema erledigt mit dem radialen Entkoppler. Jetzt musste es doch möglich sein, den armen Touristen Tom State, das ist ja jetzt ein Flug, den ich auch behalten habe. Also der ist passiert, die Fehlversuche werden ja immer quasi gelöscht aus der Geschichte, wenn wir da Revert Flight machen. Das hier habe ich behalten. Ja, und da sieht man noch 100 Punkte, vor allem von der Studie in der oberen Atmosphäre, 22,5. Dann sehen wir 96 Science-Punkte, was zum Verhängnis im Folge-Video oder vielleicht Schneise auch direkt hierin noch führen wird. So, und nun war ich zurückgegangen zu meinem Video Curve Space Program Teil 2. Da hatte ich ja erfolgreich ein Orbit erreicht mit meinem Enterprise-E-Design, wie ich die Rakete genannt habe. Und das habe ich jetzt mit Modifikationen übernommen. Ach nee, ah. Ah, ich springe vorweg. Nee, das ist noch ein Titanic 2-Modifikation. Da habe ich die Flüssigrakete in der Mitte ersetzt durch einen weiteren Booster in der Hoffnung, dass der effizienter wäre. Jetzt ist aber passiert, was ich vorhin andeutete, die Booster lösten sich nicht von der Mittelteil, weil sie falsch aufsetzen. Und jetzt feuert das Ding und jetzt hängt auch noch unsere Kapsel mit unserem wackeren Touristen an den Rest der Rakete fest und da hat sie sich losgerissen. Aber das habe ich auch rückgängig gemacht. Wir sehen, wo da hinten schlägt gleich der Rest auf. Genau, das ist das Design, wer ein Teil 2 aus Teil 2 kennt. Auch da wackelte das etwas. Das Problem ist natürlich, dass die Booster nicht unten auf dem Boden aufsitzende Mittelteil. Aber eine leichte Neigung Richtung Süden ist ja gar nicht mal so verkehrt. Und schauen wir mal, wie komfortabel unser zahlender Tourist in den Weltraum geschossen wird. Tja, in der Höhe hätte man gerne noch ein paar Flügelchen drin. Aber es läuft ja soweit ganz gut. Und ich könnte mir den Blick schon mal auf die Karte, um zu sehen, wann erreichen wir denn die Apoipsis. Und in der Zeit ist das Ding außer Kontrolle geraten. Man kann freilich den Navbo sich auch in der Kartenübersicht anzeigen lassen, dann wäre das nicht passiert. Ja, jetzt hat der Tourist mal ein bisschen Tomstedt. Ich gucke es gerade in halber Auflösung zum Kommentieren im Editor. Deswegen hat er einen kleinen Looping erlebt. Aber das Ding fällt ja noch mehrheitlich nach oben. und da muss man vorsichtig versuchen mit der Kontrolle zu kriegen. Also wenn man versucht, sowas torkelndes wieder in Kontrolle zu kriegen, es bietet sich wirklich an, in den Navboll zu gucken und sich wirklich nur daran zu orientieren, weil dann zu erraten, wie gerade was geneigt ist an der Rakete, vor allem halt die Neigung um die Längsachse, das kriegt man kaum hin. Im Navboll hat man wenigstens, da sieht man jetzt, okay, ich muss jetzt nach rechts rotieren, damit ich es wieder nach dem Horizont ausrichte. Ja genau, das mache ich jetzt auch. Gut, Nase hochziehen klappt gerade nicht, aber vielleicht kann man es einfach weiter rotieren lassen. Aber oben sehen wir die Höhe, wir erreichen 67 Kilometer gerade. Es ist noch ordentlich Treibstoff da und jetzt ist sie nach oben ausgerichtet. Ein bisschen stabilisieren, dass sie nicht weiter dreht und Feuer! Und damit ist unser Touristenkörbel, der erste Touristenwelt angekommen. Es sieht immer noch nicht glücklich aus, jetzt ist er im freien Fall. Also auch im echten freien Fall. In der Atmosphäre müsste man ja so ein ganz bisschen den Luftwiderstand und so ein ganz bisschen was spüren, weil der Luftwiderstand die Rakete ein bisschen Bremskräfte auf der Rakete ausübt. Aber das war dünne Atmosphäre wahrscheinlich nichts. Ich weiß gar nicht, bei Parabelflügen, ob die da genau drauf achten beim Flugzeug, dass es viel zu mit seinen Triebberg mit dem Luftwiderstand noch entgegenarbeitet, um wirklich exakte Schwerelosigkeit zu simulieren. Wahrscheinlich ist das gar nicht notwendig, extrem niedrige Schwerkraft ist ja auch schon eine Erfahrung. Jetzt ist der Treibstoff auch alle. Und ich habe übrigens nicht auf den Staging-Bereich geguckt, während ich das gespielt habe. Das passiert, wenn man ein altes Raketendesign wiederverwertet und daran rumbastelt. Wobei das, was da jetzt eingestellt ist beim Staging, das habe ich bestimmt nicht bei der Missionsplanung so gehabt, als ich das zuletzt verwendet habe. Das sieht eigentlich auch nach einem ganz hübschen Bogen aus. Ich komme aber erstaunlich nahe beim Space Center wieder rauf. Also anscheinend durch dieses hin und her getorkelt und zu den Seiten feuern und so. Das ergibt sich am Schluss ganz gut, dass er wieder ziemlich da rauskommt, wo er wieder da aufschlägt, wo er gestartet ist. Zum Glück nicht exakt, man kann die Gebäude des Space Centers ja tatsächlich zerstören seit einigen Versionen. Und wir sind auch schon wieder am Abstürzen. Ah, jetzt guckt er endlich glücklich. Ich habe gar nicht in den Im-Bereich geguckt, ich habe ja auch die billige erste Raumkapsel genommen, bei der ist so ein ganz kleines Fenster. Im Grunde sieht er da nur so ein paar Sterne bei schneller Rotation vorbeihuschen. Ich muss eigentlich erst bei 70 Kilometern wieder reden, deswegen ist Musik zu hören. Also, Grenze von Atmosphäre zum Weltall ist da, wo die Musik einsetzt. Ja, das war's. Wir sind nicht mehr im Weltall und abrupt wird die Musik auch beendet vom Programm. Das ist jetzt gerade ein sehr steller Moment, bevor gleich der Luftwiderstand so groß wird, dass man so ein bisschen auch den Wind halt um das Schiff pfeifen hört. So als akustische Hilfe, dass man weiß, okay, jetzt gibt's ordentlich Luftwiderstand. Unter dem Höhenmeter, da sieht man ja auch die Atmosphäre eingeblendet. Wir sind jetzt so in dem ganz dunkelblau. Das deutet halt die Dichte an. Ich hab aber nachgelesen, die Atmosphäre von Kerwin folgt, und nicht nur von Kerwin, also die Atmosphäre aller Planeten im Spiel folgt tatsächlich einer Exponentialfunktion. Also, das sind die Farbübergänge, dass sie so streng sind, ist ein bisschen willkürlich. Der zweite Planet, der wie Venus geformt ist, soll ganz interessant sein, der hat vierfache Dichte. Also, Fallschimme funktionieren sehr gut, aber der Luftwiderstand, das ist deswegen der Planet, was am schwierigsten ist, wieder von zu starten, weil man da einen extremen Luftwiderstand zu überwinden hat. Ja, und da seht ihr das Base Center. und es geht flott runter. Und ich hatte genau die Rakete unten übersehen, dass ich da noch einen Antrieb habe. Kriegt unser Tourist noch was extra geboten für sein Geld kurz vor der Landung? Ich bin noch nicht sicher, was da gerade explodiert ist. Wahrscheinlich schon, dass die Stufe davor, die habe ich ja, von der habe ich mich ja nie sehr weit entfernt. Es ist ja auch der Witz, es ist in Orbit dann so trügerisch, man meint, man kann das andere Teil einfach wegschieben, aber, und damit treibt es halt weg von einem und man sieht es nie wieder, weil es ja wegtreibt, aber es ist ja alles in einer Ellipsenbahn. Wenn man etwas wegschiebt, schiebt man es damit nur auf eine geringfügig andere Ellipsenbahn das heißt, das nähert sich irgendwann wieder an, aber wahrscheinlich hat die andere Ellipsenbahn eine geringfügig andere Umlaufzeit, dass da keine Kollisionsgefahr besteht, aber trotzdem, irgendwann kommt das wieder ziemlich in der Nähe vorbei, was immer man an Müll über Bord geworfen hat, wenn man auf einem Orbit ist und halt keinerlei Korrektur, keinen Korrekturschub irgendwann einsetzt. Ja, aber die Mission ist, die Verträge sind erfüllt, da gucke ich da auch noch mal. Und das Thema Passagiere, das setze ich dann gleich im nächsten Video fort, wo ich dann mir ganz gierig die Kapsel für vier Astronauten beziehungsweise Passagiere freigeschaltet habe. Etwas voreilig und gierig, das nehme ich vorweg, deswegen gibt es die schönsten Crash damit. Okay, So, okay. Untertitelung des ZDF, 2020